Hallo Leute! Herzlich Willkommen auf einmal Stundo Gaming und heute spielen wir mal den, äh, ich hab den... Auf jeden Fall spielen wir heute den, ähm, genau, wir spielen heute King of Retail, jetzt ist er mir wieder eingefallen. Ihr seht hier oben, dass er auch Stundo Store heißt, ähm, genau, also wir sollen jetzt hier einmal was kaufen, um ihr Laden für, äh, was ist das, für Artikel vorbei, um ihr Laden für die Öffnung vorzubereiten, sollten sie eine Dinge erlegen, bevor die Kunden eintreffen. Kaufen sie eine Liefereinheit. Liefereinheit? Warte mal. Ja, der Kurier benötigt einen Platz zum Ablegen ihrer Artikel. Sie finden diesen im Inventarmenü. Ja, hier, Inventar. Ähm. Okay. Das hier würde ich sagen, gell? Ja, das hier müsste, äh, ne. Ach so, ich weiß, was ich machen soll. Ah, ja, kaufen. Liefereinheit, das ist hier. Liefereinheit. Hier, das, das bedeutet Liefereinheit. So. Kaufen sie eine Liefereinheit, kaufen sie eine Lager-Einheit. Okay. Lager, Liefereinheit, hier. Das, damit die Leute nämlich, ähm, ja, jetzt ist es grün. So, und jetzt noch Lager-Einheit zum Lagern. So, und das kommt einmal hier hin, Artikel bestellen. Artikel verwalten, Artikel bestellen. So. Herrenbegleitung habe ich nur. Ah, ja. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal einstellen, dass ich auch andere Dinge habe. Wie viel Geld habe ich? 3.000. Okay, dann machen wir mal hier Hosen. Äh, mal 5 von. Hier von auch 5. Ich kaufe jetzt erstmal 4 Hosen-Dinger. So. Kurze Hosen. 5. 5. 5. Auch 5. Und dann hier nochmal das 4. So. Artikel bestellen. Ja. So, jetzt soll ich die Lieferung... Fordern sie eine Lieferung an. Ja. So. Okay, packen sie ihre Artikel aus. Ja, die sind noch nicht da. So, dann müsste er hier irgendwo kommen. Ah ja, da kommt er. Ich beschleunige das mal kurz. Fügen sie die Artikel zum Laden. So. Aktualisieren sie ihre Schaufester. Ja, okay, das kann ich ja gleich machen. Ich will jetzt erstmal die Pakete hier auspacken. Gut. Anscheinend habe ich hier zu viel bestellt. Äh, auspacken. Nicht genug Platz. Okay. Das heißt, er müsste eigentlich gleich aber wiederkommen. Auspacken. Achso, ist voll. Nein. So. Das heißt, fügen sie ihre Artikel zum Laden hinzu. Das heißt, ich müsste jetzt... ...so was hier... ...kaufen. Und einmal kurze Hosen. Achso, das ist dasselbe. Auch einmal kaufen. So. Jetzt kann ich nämlich... ...artikel bearbeiten. ...heerenbekleidung. ...heerenbekleidung. Ach, jetzt tut er den zu viel. So. Perfekt. Dann kann ich das erstmal wieder kaufen. Jetzt kann ich hier mein Schaufenster... ...auswählen. ...hosen. ...hosen. So. Zack. Und natürlich auch kurze Hosen. So. Kaufen sie eine Kasse. Okay. ...kassen. Ich würde schon sagen, dass wir so eine holen. So. Kasse öffnen. Oh, die ist falsch herum. Geht nicht. Ah ja, doch jetzt. Bewegen. Einmal kurz umdrehen. So. Kasse. Kunden geöffnet. Genau. Kaufen sie einen Computer. Der muss hier rein. Büro. Das hier. Ne, das hier. Genau. So. Den packe ich dann einmal... ...ähm... ...so hin. Tag beenden. Beenden. So. Ach so. Tag beenden. So. Okay. Ja, aber natürlich muss ich auch direkt schon Miete zahlen. Kriegt am ersten Tag. Willkommen in ihrem Büro. Ja. Weiter. Schließen. Ich brauche doch kein Tutorial. Also. Bitte. So. Hier sind zwei E-Mails. Okay. E-Mail. Ah. Brauche ich nicht. Ja. Zurück. Zurück. Okay. Ja. Eigentlich könnte ich jetzt wieder starten, ne? Warte. Das geht. So. Ich habe jetzt 1500 Euronis. Dann würde ich sagen, starten wir auch mal den Tag. So. Dann gehe ich hier rein. Zinsen. Ah, ich habe sogar... Zinsen. Zinsen. So. Also hier sind jetzt auf jeden Fall Dings. Kann man kurz gucken. Muss das doch hier auspacken können. Ah ja, jetzt kommt er wieder mit den ganzen anderen Paketen. Auch nochmal auspacken. So. Mein Wager ist wieder voll. So. Jetzt müsste ich doch... Äh, nee. Jetzt müsste ich doch... ...das hier kaufen können. Dann halt nicht. Delete. Hä? Ah, jetzt hat sich das Spiel... Jetzt fängt das Spiel. Oh. Mensch. Okay, es gibt hier gerade ein Bug, Schatz. Ich muss das mal kurz beheben. So. Jetzt bin ich wieder da. Ähm. Ich habe hier mal ein bisschen... ...nochmal ein bisschen besser gemacht. Also ich habe jetzt auch... Ähm... ...wie man hier sehen kann... ...nicht nur mehr Herrenbekleidung, sondern auch jetzt Elektronik, Lebensmittel und Darmekleidung. Deswegen ist das hier auch pink, weil hier Darmekleidung dran kommt. Ähm. Habe ich jetzt nochmal kurz ein bisschen umgeändert. Also es hat gerade... ...ein bisschen länger gedauert, das hier alles zu machen. Ähm. Aber jetzt... ...ist es... Ähm... Boah. Jetzt können wir auch wieder weitern. So. Tickel bearbeiten, Darm, Tops... Ja. Ähm. Unterlösch. Nee. Drücke. Nein. Warte, wo ist denn... ...Darmbekleidung? Hier müsste doch irgendwo... Bei Tops müsste das doch sein. Warum? Wo ist das denn? ...darmbekleidung, Tops... ...mh... ...mh... ...egal. So. ...mh... 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 ...dingens? ...ah, dann kann ich die da nicht dran machen, wahrscheinlich... ...wahrscheinlich hier was anderes nehmen... ...mh... ...jetzt müsste ich das doch pink machen können... ...mh... 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 Warum gehen die eigentlich alle nur zur Herrenbekleidung? ...ah, sie geht jetzt zur Damen... ...oh... 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 ...drei Stück und mal... ...ah, jetzt kommen aber ganz viele... ...mh... ...576 Euro schon gemacht... ...ist für den Anfang auf jeden Fall etwas... ...dün-dün-dün-dün-dün... ...ja, ich hab ne Minute... ...Männer T-Shirts... ...e eh, sie steht ja hier... ...ähm... ...Männer Hosen... ...hey, have a minute? Nein, ich bin doch gerade beschäftigt. Aha. Thanks. Bitte sehr. So, was willst du? Äh, hier. Nimm's. Ich komm ja schon. Okay, also 721 Euro. Also fast. Ich weiß gar nicht, wie viel Gewinn ich gemacht habe. Das kann ich ja später noch nachdenken. Ähm, ja, da ist alles drin, ne? Also eigentlich kann ich nur an der Kosse stehen und warten, bis jemand reinkommt, ne? Oh, da ist auch der Tag anscheinend zu Ende. Ja, 628 habe ich jetzt noch. Habe ich denn Plus gemacht? Ja, 587. Ne. 303 Euro habe ich Gewinn gemacht. Wow. Okay. Stellungen. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall muss ich erstmal wieder bestellen. Äh, Herrenbekleidung, Hosen. Ja. Davon wieder 5. Warte, wie viel Geld habe ich denn? 628. Okay. Kaufe ich mal wieder hier ein. Dasselbe erstmal. Damit ich das erstmal schön auf Lager habe. Oh, ich sehe gerade, das passt nicht mehr. Dann muss ich das erstmal bestellen. So. Stellung aufgeben. Okay. Dann würde ich sagen, wie wir das einsortieren, seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Halt, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinem Discord-Server bei. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein und euer Sandro. Ciao, ciao. OutroPor Outro 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 Now